Könnte natürlich auch. Könnte man, äh, muss man aber auch nicht. Hm. Hm. Ich teste da mal wieder was. So. Hatten wir unten noch Treppen? Treppsche? Egal. Wir bauen uns jetzt einfach mal schnell ein paar. Ach ne. Wir haben ja jetzt nicht so viel Stein dabei. Ist hier welcher drin? Jo. So. 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 Trappen. Give me some steps, yo. Oh. Zack. 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 Äh, zack. 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 Nein, falsch. Nächster Trick. Zack. 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 Ding, 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 ding. Hm. Wie gesagt, das muss eigentlich so ein bisschen freier sein, das Ganze. Freiherr? Freiherr, versteht er? So. Hm. 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 Erde. Ja, die. Dat kommt weg. So. So. Hier ist ein bisschen, oh. Kommen wir hier etwa mit unserem Bahnhof ein wenig in? Jo, bye. Der ist ja zu tief, das passt. So, dann rupen wir hier mal noch ein bisschen weg. Ihr hört, bzw. ihr hört nicht so viel. Weil ich nämlich gerade ein bisschen nachdenke. Darüber, wie wir das hier am schicksten lösen. Das ganze Thema. Hm. Ich glaub, dat hier muss auf jeden Fall auch noch weg. Zumindest muss das anders gemacht werden. Das darf nicht so steil sein, das ganze hier. Wir haben keinen Spaten. Machen wir eben einen auf den. Dat hier muss weg. Oh. Da seh ich ja, da geht ja unser Haus noch weiter. Hm. Mit dem Spaten geht dat schon minimal schneller, ne? Muss ich schon zugeben. Hm. Äh, so. So, 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 so. So. Dat war ein bisschen tief hier. So. Ähm, muss ich mir nochmal Gedanken drüber machen. Lassen wir jetzt erstmal so. So. Wie it is. Und dat hier. Wird jetzt auch noch ein bisschen anders. Mal wieder. So. Da muss ich jetzt auch mal ganz kurz dann auf den Desktop. Der Homie chillt da noch immer. Das ist schön. Für ihn. Und zwar. Wie viel haben wir denn hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun haben wir. Klitzklein, Moment. So. Äh. So. Und so. Ähm. Geht gleich weiter. Geht gleich weiter. Geht gleich weiter. Neun haben wir. Äh. Äh. Eins, zwei, drei. Äh. Eins, zwei. Verpacktaxt. Fünf. Fünf sind dat, ne? Fünf sind dat. Okay. Äh. Stadein. So. Man, das hört sich teilweise an, als ob da noch jemand anderes rumlatschen würde. Das sind jetzt schon fünf, ne? Ja. Oh. Das war falsch. So. Glas oder Holz? Glas oder Holz? Ich glaube, wir nehmen eher Holz. Äh. Glas meine ich. So, so. Oh. Falsch. Äh. So. 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 Zack, zack. Und zack. Hier kommt jetzt das Glas hin. Eins, zwei, drei. Hm. Hm. Jetzt kommt hier ein auf den. Das kommt wieder weg. So. Jetzt brauchen wir eben eine Tür. Eine kleine Tür. Löschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zack. Äh. Flup. Und hier machen wir noch ein bisschen was von dem Zeug drin. So. So. Hopp. So hundertprozentig passend ist das ja nicht, ne? Muss ich schon zugeben. Naja. Kann man notfalls noch ändern. Hopp. Schubendie. Scubendie. Schubendie. Geh see. uckrindie. Schubendie. Bada die tlai. So, so. Falsch. Richtig. Zack. Äh, zack, zack. Ach, falsch, Mann. Das kommt weg. Und das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin. Zack, zack. Flup, flup, flup. Zack, zack, flup. Äh, zack, und flup, und flup. Flup, flup, flup. Äh, flup. Und aua. Und zack. Und jetzt noch hier mal ein bisschen Glas. Drei. Ich bin dein Vater. Ich glaube, das gefällt mir. Sogar ein wenig. Glaube ich. Ja, ich würde sagen, das gefällt mir. Seid ihr eigentlich ein bisschen bescheuert? Kommt ihr denn mal her? Ja. Gut, hier muss dann wohl noch mal eine Fackel hin. Äh, Fackel hin. So. So, zack. Dü, 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 dü. Da oben ist schon grün, das ist gut. Dann können wir das hier unten nämlich alles weghauen. Ach, wir haben keinen Spaten. Na gut. Dann mal nach unten und direkt pennen, ne? Zack. Komm, so. Äh, haben wir denn noch einen hier? Nö. Zack. Und flup. Und eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, einmal schnell knacken. Flup. La oeift. So, Spaten jetzt in der Leiste hier. Aua, es tut weh. Ha, ein Evergreen. Aua, es tut weh. Deton. Da, 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 da. Da, 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 da. Untertitelung des ZDF, 2020